Hm, unterhält ein landesweites Netz von Niederlassungen. Diese Typen sind die besten Hacker der Welt. Aber ich könnte mich in den Computer von Acehacken und seine Erinnerungsdateien löschen. Fisch? Nein, danke. Hast du das gehört? Er kann die Erinnerung löschen. Oh nein, er hat die Dateien verschlüsselt. Um sie zu löschen, müsste ich sie zuerst wieder in ihre ursprünglichen Gehirne runterladen. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Louis, ich hab doch gesagt, du sollst keinen Fisch mehr im Internet bestellen. Der verstopft schon wieder die Toilette. Grandma, du sollst mich doch blöd nennen. Wann lässt du endlich diesen Hackerquatsch sein und wirst erwachsen, Louis? Was für eine fortwährend lästige Frau. Fisch? Nein, danke. Komm mit, Junge. Oh, Augenblick. Was machen wir jetzt? Ich werde die Dateien in dein Gehirn runterladen und sie so löschen. Die Dateien sind gelöscht. Habe ich's drauf oder habe ich's drauf? Entschuldigung, was machst du da? Das wollte ich gar nicht wissen. Au, mein Kopf tut weh. Bricht die Übertragung. Ein Abbruch könnte zu Hürnversagen führen. Sie muss am Auskunftspunkt unterbrochen werden. Fisch? Hey, wir haben ihr Geld. Hey, was ist mit meinem Computer los? Warum werden meine ganzen Dateien gelöscht? Hey, was willst du denn hier, du blöder Köter? Hey, was machst du? Nein, du hast meinen Computer geschraubt. Fehler, Fehler. Wir gehen in Übertragung von M's gesamter Datenbank. Ace, was ist mit deinem Computer los? Alle Erinnerungsdateien von M werden gerade gelöscht und in das Gehirn verlegt und im Kind geladen. Du bist der einzige Hacker, der weiß, wie man die Erinnerungen wieder aus dem Jungen rausholt. Ace. Oh nein, die Erinnerungen des ganzen Landes werden auf dich übertragen. Geht es dir gut? Äh, ich glaub schon. Geht es dir gut? Geht es dir gut? Ja! Geht dir gut? Äh. ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020